Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und wir sind hier zurück bei Fort 4 und wir gehen jetzt Richtung Concorde. Jetzt nicht in Richtung in dieser komischen Kugel da, sondern erstmal hier über die Brücke. Mal gucken was uns erwartet. Wir erwarten schon mal zwei Leichen. Ja, das ist Standort, denke ich mal. Das ist bei Stimplex eine Impfpistole. Gammler-Ort wird okay. What the hell? Wirrmischling. Was ist denn hier abgegangen? Oh, das habe ich denn hier gemacht. Interessant. Auf F. Doppelt F drücken. Aha, da habe ich wie so eine Tastenbelegung, wenn ich auf Doppelt F drücke. Also Doppelt F drücke so rum. Cool, wusste ich noch nicht. Gut, nehmen wir jetzt erstmal wirklich die Pistole. Ich denke mal, jetzt werden wir es mit mehr als nur Kakerlaken zu tun kriegen und ein Problem fliegen. Oh, hier ist ein Auto. Da ist allerdings nichts drinnen. Red Rocket. Sieht aus wie eine alte Tankstelle. Berührst du den Hund? Ach! Hallöchen! Hey Kumpel! Was machst du denn ganz allein hier draußen? Hast du denn kein Eigentümer? Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Damit haben wir unseren allerersten Partner gefunden und zwar einen Hund. Den können wir uns auch Befehle geben. Wir können ihm zum Beispiel sagen, dass er da nicht nirgendwo gehen soll. Wir können ihm auch ein paar Sachen geben, die unser Inventor verstopfen. Hier drüben. Wie geht's dir, Kumpel? Er kann auch Tricks, ebenfalls ein. Hey Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Er macht Männchen. Ja, und er kann auch Sachen aufspüren. Er kann Items schnüffeln, er kann Gegner erschnüffeln. Also, der Hund ist schon nicht übel. Allerdings nervt er manchmal, wenn er einfach blöd in einer Ecke rumsteht und du kannst nicht an ihm vorbei. Doch, der Hund hat etwas gefunden. Der Hund hat etwas gefunden. Der Hund hat etwas gefunden. Ein Zeitschung. Spoiler. Wo? Ja, Hund. Ich weiß, dass hier eine Werkstatt ist. Die würde ich mir gerade angucken. Was ist denn weg? Und ein Schraubenschlüssel. Sehr, sehr, sehr schön. Ich würde schon sagen, sehr, sehr schlecht. Meine Stadt rin wird schon mit einem ab. Plastiktenno. Ach du Scheiße. Eine Maulwurfsraten. Ah. Der an KI etwas leidet. Die muss ich mal weg und weg. Die wollen wir auch gleich mal blöden und haben wir wieder ein wenig mehr zu essen. Gut. Die hätten wir. Der letzte Teil war ja etwas langatmig, aber der hier fängt schon mal mit Action an. Langzieger. Rennen. Warte ich gerade sagen. Ist doch noch einer. Da. Drecksvieh. Einmal nachladen bitte. Na gut. Eine Kugel gerade mal verschossen. Oh. Sagen wir hier. Ein paar Drogen. Ja. Warum denn nicht? Da haben auch Krummkorken. Im Computer gucken wir uns gleich an. Erstmal gucken. Ob wir hier noch was haben. Außer Reifen und Besen. Wir haben hier noch irgendeinen Fuchs. Irgendeine Fuchssache. Telefon. Aber ich denke nicht, dass wir jemanden anrufen müssen. Ach hier ist noch eine Kochstation. Kann ich die benutzen? Ja. Tatsache. Kann ich. Cool. Schützselb. Schützselb. Mal gucken, ob der uns auch Schutz bietet. Bindungsstange. Hier ist noch eine Rüstungsbank. Gut. Warte mal. Lass uns mal gucken. Ich meine die Kapitänsmütze ist ja ganz lustig. Aber. Schützselb. Tatsache. Er gibt uns Schutz. Cool. Und wie sehen wir uns aus? Äh. Halt. Läufe weglegen. Wie ein Bauarbeiter. Weiter. Ähm. Ja. Lass uns erstmal schnell an die Kochstation gehen. Ja. Ich weiß. Ich muss mir jetzt zwar nicht unbedingt schon was aus den Köterkeulen. Ach ja. Stimmt. Wir hatten ja eben die Leiche von. Ähm. Von diesem Hund. Ich muss mir jetzt zwar jetzt hier nicht gleich was herstellen. Aber. Wenn wir einmal eine Kochstation in der Nähe haben. Dann können wir es auch doch auch gleich nutzen. Sehr schön. Gut. Dann lasst uns mal gucken. Was denn der Computer zu sagen hat. Benutze Terminal. Ja. Geschäftliche Einträge. Ja. Ja. Du bist ja vorhin. Ja. 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 Zuerst du ja vorhin. Ja. 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 Okay, unter der Einrichtung hier muss also eine Höhle sein, also halt, den hatten wir eben schon gut. Guck mal, jetzt haben wir hier noch irgendwelche. Hey, da wollte ich nicht hin, ich wollte mir hier diese Serviceaufzeichnung noch angucken. Aha, das sind wohl dann nur die Aufträge, die er noch hatte. Ja. Ey, irgendwie backt das gerade rum. Darf ich jetzt hier mir den 6. Oktober angucken? Ja, jetzt auch. So, wartet mal. Jetzt auch. Ich gehe immer zu früh auf das Datum, habe ich so sehr viel. Ja, und dann haben wir jetzt hier noch den letzten Eintrag, bevor die Bombe fiel. Okay. Alles klar, gut. Hm, wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, wollen wir mal gucken, ob wir diese Höhle finden? Das ist nur unser Hund, der klackert mit seinen Krallen. Manchmal habe ich mich davor erschreckt, aber irgendwann gewinnt man sich dran. So, wo ist jetzt diese Höhle? Da ist wohl schon ein Concorde da unten, ne? Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt gerne die Höhle finden. Ich glaube, die ist hier oben, ne? Ach du. Ne, das ist nur der Weg zurück. Huch. Ja. Manchmal haue ich mit der Maus gegen meine Tastatur unten. Löst sich ein Schuss. Das hat ja gestern unser Roboter auch schon zu spüren bekommen. Ach, hier ist dieses... Was auch immer. Ach, ich bin gegen den Felsen gelaufen. Ich dachte schon, ich war gegen eine unsichtbare Wand. Scheint tatsächlich ein Wasserturm zu sein, wa? Ne, da kommen wir aber nicht rein. Au. Lederrüstung, rechtes Bein. Haben wir jetzt etwa Rüstung bekommen, das allererste Mal? Ja, Tatsache. Cool. Wir haben jetzt also eine Lederrüstung bekommen. Für unser Bein. Warte mal, Waffe weg. Toh, jetzt haben wir einen Knieschoner. Yay. Ja, wenn wir hinfallen, tun wir uns wenigstens nicht fehlen, nicht wahr? Ach, Gott. Ich frage mich gerade, ob Doc Schmied, genau, ob unser Hund zufälligerweise einen Höhleneingang verschnüffeln kann, aber das wage ich zu bezweifeln. Was ist das? Eine Farm? Tatsache. Wie cool ist das denn? Hallo? Hallo? Das ist nah genug, Fremder. Ja, ist gut. Wir sind eine friedliche Farm. Wir wollen keinen Ärger. Die legt die Waffe weg. Was? Ich glaube, wir handeln? Habt ihr was zum Handeln? Wenn du handeln willst, kannst du mit meiner Frau reden. Sie ist beim Haus oben, aber sei gewarnt, wenn du Ärger machst. Mach dich auf einen Kampf gefasst. Ich sag dir, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Den ganzen Tag auf dem Feld? Jeden Tag? Und ständig muss man auf der Hut sein. Äh, das ist... Was baust du ein? Was pflanzt ihr denn hier an? Bisher hauptsächlich Tethos. Aber jetzt kommen Melonen dazu. Welt-Evernöckli. Ist lange her, dass ich zuletzt einen dieser Volt-Anzüge gesehen habe. Bist du neu hier? Ja, oder ungefähr... Ach, sagen wir, sagen ja. Ich... Ja, kann man wohl so sagen. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Was ist mit dir? Schon mal daran gedacht, das Land zu bestellen? Nein. Den ganzen Tag im Dreck wühlen? Nein, danke. Du bist wohl klüger als ich. Noch einen Rat. Wenn du eine Farm eröffnest, musst du dich mit den Raidern auseinandersetzen. Warum die viele harte Arbeit, wenn man sich alles mit vorgehaltener Waffe holen kann? Raider? Raider. Der Name sagt doch schon alles. Du bist wirklich neu. Der Name ist nur die Spitze des Eisbergs. Sie sind gut bewaffnet, nehmen sich, was sie wollen und töten jeden, der ihnen im Weg steht. Als die Raider das letzte Mal kamen, hat meine Tochter Mary ihnen die Stirn geboten. Jetzt liegt sie hinter dem Haus begraben. Sie war erst 21 und sie haben sie ohne zu zögern erschossen. Deshalb brauchen wir die Minutemen wieder. Und je früher, desto besser. Dritte Minutemen. Was ist mit den Minutemen? Ich weiß es leider nicht. Sie haben sich wohl anderen Dingen zugewendet. Die Raider nutzen wirklich jede Gelegenheit. Ich kann dir nicht viel bieten. Aber diese Raider, die Mary getötet haben, haben auch ihr Medaillon mitgenommen. Es ist schon seit Generationen im Besitz von Connys Familie. Wenn du es zurückholen könntest, würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Und wo sind die? Weißt du, wo sie herkommen? Ja, ich glaube schon. Einer von ihnen hat Olivia erwähnt, als sie hier waren. Ich vermute, sie haben sich in der alten Air Force Basis verkrochen. Weißt du, alte Air Force Basis? Was sind die Glieden? Okay, wo müssen wir da hin? Ach so, okay. Da oben müssen wir hin. Das ist etwas weit weg vom Schuss, um ehrlich zu sein. Gut. Wir holen das Medaillon wieder, keine Sorge. Aber... Jetzt lasst uns erstmal nach der Höhle gucken. Und dann geht es erstmal auf nach Concord. Und dann gucken wir uns mal um nach den Raidern. Mann, ihr seht doch überall Felsen. Hier muss doch irgendwo eine blöde Kackhöhle sein. Oder bin ich doof? Ich bin wahrscheinlich doof und bin schon mit Vollkarakotram vorbeigelaufen. Ach, kann das hier nicht ein Star Trek Spiel sein, wo ich einen Tricorder habe? Wo ich nach einer Höhle scannen könnte? Nein. Was ist das hier? Oh, noch ein paar Bären. Hilfe! Raider haben uns überfallen. Bitte helft uns! Ja, danke. Du hast mir jetzt erstmal einen Herzinfarkt verpasst. Vielen Dank, Siedler. Kann ich mit dir reden? Ja. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Das glaube ich dir gerne. Hier ist noch was. Achso, halt. Das Felsige haben wir ja vorhin schon untersucht. Genau, das ist die Straße nach dem. Wie ist der Ort? Sanctuary? Hier ist noch was Felsiges. Ah, diese Höhle ist wirklich gut versteckt. Und da! Oh, scheiße! Ah! Oh, dicke was ab! Alles klar! Alter, sag mal, ich hab dir jetzt hier auf den Arsch geschossen. Du kannst noch laufen. Geh doch! Wo ist der andere? Den würde ich gerne nur noch blind kommen. Hm. Wo sind die anderen jetzt hingefallen? Ach, egal. Lass uns... Ach, klar. Leuchtener Pils. Den lassen wir mal lieber stehen. Der scheint ja ein bisschen radioaktiv zu sein, nicht wahr? Ist hier noch was? Mein Hund hat gerade geknarrt. Ich sehe hier nichts außer Reifen, mein Freund. Hm. Wir haben auf jeden Fall noch einen Wohnwagen. Und noch irgendwelche Belüten. Oh ja, hat wohl jemand gehaust. Und hat uns auch was da gelassen. Da muss sogar eine Munitionskiste. Vielen Dank. Right away, na, den Besen lassen wir jetzt erstmal liegen. Eine Bierflasche, eine Kochplatte. Aufbereitetes Wasser. Sehr schön. Gut. Mehr scheint es jetzt auch nicht zu geben. Was ist denn das? Noch irgendein Gebäude. Aber irgendwas sagt mir, als ich da erstmal fernbleiben sollte. So, jetzt lass uns nochmal hier hinter den Hügel zurückziehen. Wenn ich jetzt die blöde Höhle nicht finde, dann... Super. Ich finde Raider. Warum nicht? Dein Arm wurde verkrippelt. Ja, klasse. Weil die auch mit fucking Molotovs werfen. Zurückziehen. Alter. Ich hab gedacht, das sind jetzt irgendwelche, ähm... Äh, äh... Sagt man schnell wieder. Siedler? Nicht, dass das Raider sind. Au. Ach, da ist auch gut. Oh, oh. Ah. Schon wieder getroffen worden. Und diesmal ist mein Bein vor Koppelsekunde. Da bin ich jetzt in was reingelaufen, wa? Huch. So, jetzt einfach... Ich verschwende. Keine Wahl. Äh. Was mich über den... Ja, werfen mal schön weiter euren Mollys. Schade, es ist hier leider kein Scharfschützen. Boah. Ja, mein Hand ist in Schwierigkeiten. Das hab ich mir jetzt gedacht. Na, noch irgendjemand? Habt ihr genug? Das ist, glaub ich, nicht die... Musik ist immer so... Ah, ne. Das waren alle. Ah, das waren ja auch... Aber können wir mal gucken. Die haben bestimmt irgendwelche Rüstungen dabei, die Drecksäcke. Ja. Da war auch noch ein Harneschem dabei. Können wir uns gleich mal umgucken. Oh, das war jetzt ein schöner Überfall. Arschgein. Gut, ich würde mal sagen, dann beenden wir jetzt auch die Suche nach der Höhle. Und jetzt bloß hier nochmal. Aber ich hab jetzt nicht Lust nochmal in irgendwelche Raider reinzulaufen. Zumal da hinten ist doch schon wieder irgendwas. Ich hab ein bisschen geraten müssen bei Ford, das, äh, von Ford 4, äh, bla bla bla, von Ford New Vegas, das, ähm, Fernenglas. Ah, da stehen irgendwelche Kanister, da möchte ich jetzt nicht unbedingt hin. Gut, dann lass uns mal gucken. Ne, Aufgang, keine Ahnung, da haben wir's. Ja, Tatsache, Lederrüstung. Lederkombi würde uns mehr Schutz bieten. Da ist der Harnesch, sehr schön. Gucken, wie sehen wir ihn jetzt aus. Auf erstmal weg, und... Eine Blähfliege. Ich würde gerade sagen, wir könnten vielleicht sogar jetzt Football spielen, äh, äh, nee, nicht Football, doch Football, aber... Da kommt eine Fliege. An die Form. Na, wo ist es? Da ist es. Hä? Eine Blähfliege hat eine Achterkugel mit. Alles klar, ja, natürlich. Ich kann mir vorstellen, dass Fliegen an sowas Interesse hat. Gut. Lass uns mal ganz kurz noch was anderes gucken. Das geht mir gerade durch den Kopf. Wir haben acht Impropistolen bekommen. Wow, haben wir viel Money für die Impropistolen. Cool. Schlagstock, Schlagstock, Waffe, äh, Wache. Mein Gott. Statter, statter. Gut. Dann bleiben wir doch erstmal hier noch. Auf der Piste. Gut, dann wollte ich jetzt mal sagen, Korsets nach Concord. Voller Impuls. Und lass uns erstmal in einem Baum aufhängen, genau. Hm. Es ist schade, dass ich jetzt die Höhle so auf die Schnelle nicht gefunden habe. Ist noch eine Blähfliege. Eine Blähfliege und noch irgendwas aus. Wahrscheinlich nur da hinten. Gut. Dann lass uns jetzt erstmal das Hauptmissionsziel machen. Aber das mit der Dings möchte ich nicht verkacken mit dem Medaillon. Weil der Mann tut mir schon ein bisschen leid, dass diese Drecksraider seine Tochter erschossen haben. Aber gut. Dafür haben die jetzt keinen... Keinen Kopf würde ich jetzt nicht sagen. Aber die haben... Da ist die Höhle! Haha. Dafür sind die Raider jetzt plattgebracht. Da ist er. Aber irgendwas sagt mir, dass es vielleicht doch keine so gute Idee ist, hier reinzugehen. Maulwurfsbau. Okay. Ach du Heiliger. Oh Gott, das geht nie ab. Pompilz. Das lass ich mir nicht überlegen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt hier mit irgendwelchen... Alter, das sieht doch fuckig aus wie da immer. Das muss liegen. Ist hier irgendwo... Okay, da sind schon mal irgendwelche Kanister. Äh. Super. Ich glaube, jetzt haben wir die Nachbarschaft alarmiert. Ja, wir haben die Nachbarschaft alarmiert. Warum wollte ich noch mal hierher? Ach richtig, wegen dem Gruselfaktor. Hilfe. Heilige Mutter Gottes. Mistviecher. Wie du verstrahlst mich. Okay, da liegt irgendein Reaktor rum. Was liegt denn da? Ein Fusionskern. Alles klar. Gut. Entschuldige bitte Container, dass ich dich belästigt habe. Mais. Alter, ist hier ein Nebel, oder? Kommt hier hin. Was ist das hier für eine scheiße Höhle? Ja. Ja. Wenn man länger Tab gedrückt hätte, dann kann man das Licht vom Pip-Boy aktivieren. Da hat man nämlich so eine Taschenlampe. Aber irgendwas sagt man, dass ich sie gleich wieder ausmache, weil hier ist doch noch was. Ach, du heiliger. Eine tollwütige Ratte. Natürlich. Mich jetzt nicht einmal getroffen hat. Interessant. Oh, da ist ein Tresor. Wer ist die Piste? Schraubenschlüssel. Noch mehr Gerne. Lecker. Oh, scheiß Musik, ey. So, ah ja, nicht wundern. Ich wusste eben nochmal ein Stückchen von vorne spielen. Deswegen habe ich jetzt eine Klammer mehr. Ich habe mich gestern Abend vergessen zu speichern. Meine unglaubliche Intelligenz. Ja, ja, ne. So, warte mal, weil da geht es nicht. Wir müssen noch ein bisschen weiter hoch. Jawohl. Oh, schön. Oh, ein Impro-Gewehr. Cool. Impro-Pistole mit Bayonett. Und eine Raider-Ristro. Raider-Ristro. Genau. Eine Raider-Ristro. Sehr schön. Rechter Arm. Gut, jetzt ist ja erst mal nichts weiter. Dann lasst uns das nochmal ganz kurz gucken. Raider-Ladar. Wir haben eine Sturmgasmaske. Oh, die kommen am... Ah, hier ist er. Verschweißt. Sehr schön. Gut, jetzt brauchen wir nur noch was für den linken Arm, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Raus hier. Ja. Geh weg. Es hat sich doch gelohnt, dass ich so wahnsinnig nach dieser Höhle gesucht habe. Gut, jetzt können wir wohl dieses Etwas hier verlassen. Lass uns dieses Etwas verlassen und zurück nach Concord gehen müssen. Sack fort zu Concord. Gut. Ach du Schein. Die war also gleich hier bei diesem Gebäude, alles klar. Blöde Höhle. Doch gut, was ist los? Ja, da wollte ich doch gerade hin, großer. Aber trotzdem danke. Ja, ja, da hoch. Ich weiß. Oh. Alter, jetzt habe ich den Schwanz für... Oh, ein Haltstuch. Ich ja süß. Jetzt habe ich eben seinen Schwanz für eine Blähfliege gehalten. Ich weiß noch, Brüder. Ah, ein Safe. Verbessertes Schloss. Schade, da komme ich noch nicht dran. Nun, Concord, jetzt passt mal auf. Jetzt machen wir mal was Lustiges. Ich habe ja eben schon darüber geredet. Man kann DocMedia auch Sachen geben. So, dann gehen wir mal auf mein Inventar und dann meine Kleidung. Und dann geben wir ihm... das Heiztuch. Und dann passt mal auf, das kann er nämlich tragen. Und dann auch die Schweißerbrille. So. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir einen ziemlich coolen Wind, würde ich sagen, ne? Der in Wänden wangen kann. Super. So, Moment, jetzt zweimal... Okay, jetzt... Schreibt mir mal in die Kommentare, wozu braucht man eigentlich Blutpakete? Das frage ich mich jedes Mal. Da ist noch eine H-Klammerbox. Oh ja, sechs weiter. Sehr schön. Gut. DocMedia, wir müssen... Gut. Ich... Ich spoilere jetzt einfach... Der Hunt heißt eigentlich... DocMedia ist... Es ist... Kommt mir jetzt sowieso immer zu über die Zunge. Ich denke mal, den Ort sollten wir uns merken. War DocMedia? Ich denke mal, der Spoiler ist jetzt nicht allzu... Groß, weil wer Fallout kennt... Oh! Der kennt auch Nuka-Cola-Quantum. Cool. Nein, der kennt auch den Original-Dog mit aus dem ersten Fallout. Gut. Wir machen als erstes mal das erste Haus. Ist die Hauptstraße, von der wir eigentlich kommen sollten. Ah, wir haben Konkord entdeckt. Erschreckt mich doch nicht so, Konkord. Kon... Konkord, genau. Kommst du mit runter? Sehr gut. Hat irgendjemand schon mal Sandsäcker aufgebaut? Also hier ist wirklich irgendwo jemand. Da hängt es ein Feuer. Da wird scharf geschossen. Wollen wir mal gucken, ob wir mit dem da... Nein, ich glaube nicht, dass wir mit dem reden können. Bumpel, hast du zufällig was für meinen linken Arm? Sehr schön. Ich möchte da nicht unbedingt... Ohne vollständigen Schutz rein... Da. Sehr schön. Noch eine vollständige Rüstung. Und jetzt. Ab ins Getümmel. Alter, halt die P-A-Aus. Jetzt haben wir's auch. Da, voll daneben. Ich bin ein bisschen weit weg, dass etwas da hinten... Ist das da auch, dass du... Sonst noch jemanden Wunsch? Imbro-Pistole... P-A-Pistole automatisch... Noch ein Leder-Rüstokal. Wo bist du? Komm raus! Von wegen, das ist so eine Kleiderpuppe. Arschloch! Äh. Na gut, gucken wir gleich mal. Gut. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir noch... Hey, hier oben! Auf dem Balkon! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und Hilfe uns! Bitte! Lasermuskete? Hier. Oh! Wir sind noch mal im Level aufgestiegen. Relic-Suit. Relic-Suit. Okay. Wir kommen gleich. Sekunde, ich will bloß noch den hier plündern. Mir geht es hier eigentlich vorrangig um die... Muni-Tioni. Und jetzt haben wir hier die Lasermuskete bekommen. Impro-Pistole. Da, Lasermuskete. Kurz. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part mit einem Level ab. Dass ich mal noch eben schnell nochmal in Intelligent schmeiße. Gut, dann muss ich bloß noch drei Level abwarten. Dann können wir halt etwas anderes killen, Leute. Yeah! Ah, gut. So. Gut. Dann wollen wir mal. Aber erst im nächsten Part. Dann helfen wir diesem Mann mit seinem Hut, der da oben eben noch stand, wo es hält sind. Dann haben wir die Waffe und wir sehen uns das nächste Mal dann da drinnen wieder. Bis dahin. Schausend. Hm. Von Ihnen hätte ich mehr erwartet. Sie bekommen mehr. Mr. Worf? Schausend. 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 Schausend.